Ja, hallo und jetzt willkommen zu einem blitzschnellen kurzen Eil-Info-Video, denn, äh, jetzt muss ich kurz gucken, ja, soviel zu Eil-Video, nee, es geht einfach darum, dass ich jetzt, äh, ab Donnerstag, also heute für mich, heute Donnerstag, bald, äh, weg bin, nicht mal eine halbe Stunde, bis, äh, Sonntag, sprich, äh, ja, ich bin nicht zugegen, heißt, ich kann nicht aufnehmen, heißt leider auch, äh, ich habe keinen neuen Videos, weil ich leider verpeilt habe, äh, im Vorhof aufzunehmen, habt ihr, glaube ich, schon gestern und werdet ihr heute bei Regrowth merken, ne kamen, keine Folgen, äh, wird sich jetzt leider das ganze Wochenende über hinwegziehen, das War of Mine geht noch bis heute, eine Folge, und, äh, dann habe ich auch keine Folgen mehr, heißt, ihr seid jetzt bis Sonntag, äh, auf dem, auf dem Trocknen, da sagt man das so, im Trocknen, nein, gestrandet, without Videos und so, ne, ähm, tut mir leid, ich habe es total verpeilt, Regrowth und das War of Mine aufzunehmen, ähm, mache ich dann wieder Montag, äh, ich hoffe, dann schaffe ich auch noch recht, ich hoffe, ich schaffe die Mod, doch, die Montagsfolge ist heute eigentlich rechtzeitig schaffen, ähm, ja, das war es eigentlich schon, ähm, sprich, keine Videos jetzt ab das Wochenende über, weil ich nicht dazugekommen bin, ähm, zu den ganzen Sachen, die ihr mir zum letzten Infovideo geschrieben habt, will ich auch nochmal eingehen, habe bewusst keine Kommentare bis jetzt beantwortet, möchte nämlich gerne ein Video machen, das aber natürlich erst, wenn ich wieder zurück bin, also frühes Tänzer nächste Woche, joa, in dem Sinne wünsche ich euch trotzdem noch schön, ein schönes Wochenende, schönen dritten Advent, dann, wenn es dann soweit ist, und, äh, ja, wir sehen uns dann im Montagsvideo, bis dann, tschüss!